Vor allem durch die Grenzgänger, die hier sehr stark vertreten sind in Basel. Da kommen sie natürlich ein Scharen, sage ich mal, hier in die Schweiz zur Arbeit. Und wir freuen uns sehr darüber, wir sind angewiesen auf diese Mitarbeiter. Wir sind angewiesen auf Mitarbeiter aus dem EU-Raum. Wir haben 60 Prozent unserer Mitarbeiter sind aus dem EU-Land. Von dem her, wie Sie sehen, ist es sehr, sehr wichtig für uns. Vor allem die Hotelfachschule ist ein wichtiger Punkt. Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Standard, den die Schweiz bietet, was ja sehr interessant ist für alle Länder, auch für uns selber. Und das ist sehr wichtig, dass das bestehen bleibt, dass wir genug Nachwuchs haben für unsere Zukunft. Das ist sicher der Punkt, dass die Freizügigkeit bestehen bleibt, dass alles sehr einfach gehalten wird, dass möglichst wenig Papieraufwand besteht, dass wir möglichst einfach an gute Mitarbeiter kommen. Und ich hoffe vielleicht, dass die EU auch etwas weiter denkt über die EU-Länder heraus, dass wir vielleicht auch Drittland-Staaten in irgendeiner Form mit einbeziehen können, um den Fachkräftemangel etwas zu schwächen. Das ist sicher. Das ist sicher. Das ist sicher. Das ist sicher.